Combined haben wir einen 60.000 Gears. Ah die Map ist Müll. Overcharge wäre jetzt geil, ne? Was mache ich da überhaupt, ey? Ich habe irgendwann wieder Live-It-Birds geil. Wenn er durchs Black Hole geht, wäre er noch geil. Oh ne, falsch. Oh mein Gott, nein! Geil Damage! Geil Damage! Wird hätte ich nicht gedacht, dass das noch was wird hätte ich nicht gedacht. Das ist der untere übrigens. Nein, nicht links oben. Oh Gott. Äh, rechts oben meine ich. Schauen wir mal was geht. Ich denke nicht viel. Oh. Nein, das war kein Blame. Kyle, das war schon noch davor. Ja, dann haben wir einen Weltuntergang. Bleib! Wir sind heute auch wahnsinnig geschüttet. Ich glaube ich komme selber. Oh Gott. Bei uns ist das gar nichts gemacht. Ja, wir waren schön auf der Arbeit, Kyle. Mittagspause und dann klatschen, wir können dann so eignen. Hm, war doch toll. Weil doch, ich glaube es hat er mal drei Tropfen getan. Okay, warte. Nein, heute früh um viertel sechs hat es ein bisschen geregnet. Das heißt, ein bisschen halbe Stunde. Richtig runter. Das war das einzige. Und die paar Tropfen heute Nachmittag, aber das zähle ich nicht einmal. Äh, wie gesagt, es hat so matt geregnet. Ich war fünf. Wie lange war ich draußen? Bis auf die hundert Pups von Nacht. Verzeih. Noch weitere sechs Stunden Arbeit. Ja, freu mich auf nächste Woche. Freude. Freude. Hm, Pipers. Nein, das wird der sein. Das ist aber blöd jetzt. Ich probiere es trotzdem mal. Oh, doch. Das war sogar wirklich der. Ja, das wäre der links oben gewesen. Ich werde jetzt erstmal diese Waffe verschießen. Okay. Nevermind. Blank auch mal bitte. Du führst. Von daher. Alles ist cool. Ich hab noch einen weißen Weg vor mir. Ich will meinen Diamond Throne haben. Ich hab noch einen Kuss. Ja, ich weiß. Oh, das ist geil, wenn ich den jetzt treffe. Geil. Ich frage jetzt. Wodurch? Ja, irgendwas muss ich... Ja, irgendwas muss ich. Ja, entschuldigung. da kam es mir unerwartet 850 nehme ich für double play das sei jetzt auch nicht so ganz was mein plan da war ja kotz dich und bleib da liegen genau da wollte ich dich 850 fast 90 xp könnte das letzte match sein ich bin dann auch weg wenn ich die 2 7 hab das war eigentlich nicht geplant heute dann fehlen ja nur noch 2,3 millionen ja nur noch jetzt machen wir keine hoffnung ich sag das trifft nicht oh what the hell ja ich bin jetzt nicht black hole das wärs gewesen also das wärs gewesen ich hätte alles mit und mich selber getroffen mein ich ja was ist das jetzt hier für eins da oben das ist nicht so geil oh scheiße sie hat bald auch noch gleichstand ich wollte eigentlich noch in das andere rein ja du hast ne sausage easy oh god kriegst du nicht schnell keine angst du hast da wegen einer noob battle hier ja quattro noob du bist nicht wie der waffe du bist nicht wie ja ich auch nicht ok wäre aber geil geworden ja ok wenn jetzt die beiden zusammen ja ich überlegs gar nicht doch das geht aber also dribble geht scheiße doch nicht so stark ich hab ne spraywaffe ist ein bisschen kacke meistens schlecht ah ich glaub die hat nicht die drohne getroffen oder ja das ist doch ja doch tatsächlich nicht das ist brutal wäre mir eigentlich lieber gewesen wenn ich die genommen hätte weil ich brauch eigentlich nur noch wattland dann haben die 400 xp dann stehe ich die auf 100k lass mich mal überraschen das kommt von rechts stimmt das war nicht bei self damage oh mein grad ok ja cool ja geil schön es ist nur müllwaffendicht ab wie hast du noch 23 23 ob hier man soll da mal jetzt da anunter warum denn das war so close ja oh man oh man oh man oh man oh man oh man ja ja ok ja ja war bald ja spielst du mit mir ich hab kein Glück in diesem spiel aber 5 mxp oder sowas ja entweder beide oder keiner ja ich fang hier gleich an zu weinen alter oh schade oh mein gott ich habe ein tsunami oh mein gott ich habe keine ahnung was gleich passieren wird alles aber ich glaube es wird geil 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 ich habe das mal drei ich habe ich habe ich habe ich habe quadra präone mal drei und jetzt habe ich es und ich hätte sogar getroffen ich habe alter echt jetzt und ich habe ein quadraplay zum win für 2,7 millionen alter ah ja agw danke und ich habe mir das pentaplay für den nächsten hunderttausender verhaut hast du schon glück so äh ne wande noch ne ne i på bei 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 g